Okay. Der Dackel liegt und schläft. Steh doch dran, wenn du da rauf gehst. Wenn du die Kette nicht anhast und wenn du auf das zweite Rohr gehst, steh doch da, ob du schwer bist oder nicht. Ja, die Nutzlast zu gering steht dann da. Kannst du das verstehen? Ah, okay. Gewicht ist rot. Also ich gehe davon aus, dass es zu viel ist. Wahrscheinlich. Das ist schön. Musst du da erst noch eine Kette anbauen. Ach ja, was soll's. Freie Erfahrung, wer braucht sowas schon, ne? Ein Mensch. Aber trotzdem reicht's noch nicht für das Rohr. Aber ich kann wenigstens jetzt schon mal Kette. Modor. Modor. Turm. Turm hat er auch. Na klar. Aber jetzt muss es reichen fürs Rohr. So. Aber jetzt reicht's fürs Rohr nicht mehr. Ne, jetzt reicht's fürs Rohr nicht mehr. Das ist schlecht. Du musst ein bisschen was für tun. Und wenn das gegen deine Überzeugung geht. Schrecklich. Lüftung gibt's nicht. Wie nervig. Ja. Aber ein Ansätzer und alles schon mal reinbauen. Komplexes Zubehör. So. Verbessert der Wattnuss. Ansätzer. Ne. Geht los, ne? Auch schade. Na klar. Zähne. Wieder so eine Fotzenkarte. Na. Nicht solche Ausdrücke. Oh, Verzeihung. Ich vergaß. Sie sind live dabei. Hör da zu. Ja, ich hör zu. Ja, aber ich muss ja auch an meine Zielgruppe denken. So diese 10- bis 15-Jährigen. Deine Zielgruppe. Ich dachte, also ich hab gedacht, die Pädophilerei hast du von dir gestoßen. Hey, hallo. Was hab ich grad gesagt? Dass du Pädophil bist, hab ich verstanden. Ich hab mein Kopfhörer grad wieder aufgesetzt. Ja, er setzt hier schon wieder irgendwelche Gerüchte in den Raum. Gar nicht. Und da ist wieder ein ordentliches Dx-Gefecht. Tx? Er meint wahrscheinlich Dx. Ja. Macht mehr Sinn. Es ist schon schwierig, D und T auf der Tastatur zu verwechseln. Ja. Also. Mal gucken. Ja. Hier werden sie suchen. So, mal den Heavy spielen, der hier Richtung Dingsreihe geht, aber nee. Nee, nee, nee. Ein Bulli-Stalk. Ja, hier ist der 1C. Jetzt mach mal Lichter. Zum Spiel. Da oben. Oh, da oben. Okay, ich bin ein Bad-Chat. Bad-Chat. Zu spät. Kommen Sie, kommen Sie. Ja, hol mal schön hoch da. Bei Ihnen wird uns geholfen. schon mal hin pingen dass unser ltd bs afk in die aero bekommen der so ein voll hong gestürzt klar der t110 ist ruhig gedanken hinweg grad vom bulldog feuer sind auch gleich hin noch mal ein reingesetzt noch mal danke bei mediums in der prügelgasse ja weil da keine etwas macht wozu mini mit haben alle ausgestellt und gleich wieder da ich bin mal küche macht ja auch sinn dass rechts die mediums in die stadt fahren die heavys auf halbem feld campen und links niemand was macht und der medi fängt an die heavys voll zu flamen dabei weiß ist er da selber vollkommen viel ja sehr gut t110 wenn ich jetzt abdrücke knall dich die eine mann der haut doch mal ab da 100 pro abwische ich dir noch ein eigener boah ja hinter uns dieses team ich bin auch auch sind auch auch Was macht denn der Kinderwerfer da? Jetzt hört auf, Alter. Jetzt gewinnen die das auch noch. Ich werde verrückt. 100% Leo PTA. Ich bin in die Kacke getreten. Mit HE zum D-Cap. Aber wird jetzt auch von drei Panzern auseinandergenommen. Nein, wir gewinnen, ey. Ich krieg es nicht. Ich habe echt gerade Probleme zu verlieren. Eine totale Fehlrunde, die am Ende doch wieder zum Win wird, wo ich selber Null Schaden gemacht habe, weil ich als Adi gleich geopfert wurde. So wie die anderen beiden. Ja. Typisch BILT. Wir gewinnen. Ich bin wieder da. Ja, endlich. Bist du noch am Leben? Hörst du das Publikum? Nee, sicherlich nicht. Hörst du das Publikum? Ja, habe ich. Sergeant Stone Mountain 64. Jetzt ist er nicht mehr. enemy attack from north-south. Don't cap. Jetzt auf einmal don't cap. Ich meine, in der Situation ist der E7 ist noch full HP. Full? jetzt in die seite kommen da brauchst material ist nur noch der eine wahnsinn donner gewonnen diese tage wenn man einfach nicht verliert 519 dass ich raten 0 schaden ich habe ich auch und ich habe dafür 1600 ip bekommen ich habe 48 auf entschuldigung ja ihr wenigstens irgendwie noch schaden gemacht ich habe auch noch ein bisschen was getroffen ja 48 das ist ein schönes mal drei tage tagesgefecht dank der t dann die renders ich dafür mal angepeilt ist hier von 3000 leicht verfehlt ich denke sie sich eine runde schaffe ich wohl noch und er gibt uns putti putti ok dann einmal noch mal yankee oscar lima oscar einmal yolo auch stufe 8 runde und ich habe eine stufe sieben rohr wir gar nichts diesmal muss er das alleine machen deswegen wird es ja nicht so wo würdet ihr euch jetzt hin positionieren also ich wollte euch wahrscheinlich um die insel prügeln nein nein ich würde ganz gerne hier hinten hinter den häusern an der ecke stehen ja da habe ich eigentlich ganz gute erfahrungen gemacht ich würde mir wünschen dass er das einiges nach oben zu a9 fährt weil dann würde ich da auch hinfahren ich bin über der der diese exotischen sachen macht so so das was brennt und wie sie sehen sehen sie nichts mal wieder nicht so viel einfach nur weil ich die aufnahme gerade laufen habe ich fahr da mal jetzt mal hoch und action yankee oscar lima oscar ich kann ja vielleicht noch ein bisschen den uni anschieben ja hier ein dingsbumsbums dings l t t b l t t t t t t da gerne von ja 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 da komme ich sogar ran komm mal noch einen kleinen meter vor noch tu es tu es tu es ja yes äh äh shit fucking car nein das ist süßstoff hau mehr rein was denn hängst du schon wieder im wasser ich? ne gut oh ja unser type 64 ist dort ich glaube ich bereue es jetzt schon da kommt irgendwas durch die Mitte durchgefahren warum ist das so? weil es kann und unser Tiger 1 da hinten kämmt stefan ist der erste der jetzt stirbt ne warte ab na der K.E.E.Demann hat schon gekriegt gleich ist er bei mir glaube ich hm sind noch drauf auf ein kleiner geworden aber kommen noch nicht direkt ran da kommt irgendwas oben rum bei euch ja voll aufdeck den Dank äh ich schieb mal den Ram Bam an hier wir singen Ram Bam Ram Eddie Bam sie spielen unser Lied ja ja last christmas ne Ding Dong die Hexestod achso ja der Uni frisst wie nichts gut ist das ist gut noch ein FV drauf ja ich positioniere mich mal vielleicht komme ich dann auch auf den FV mhm und warte 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 Feuer scheiße Feuer scheiße Feuer scheiße ja bin drauf Feuer ja muss jetzt einnehmen da ist ein Erdinand muss jetzt abdrücken das dürfte weh leider nur 500 obwohl er rückwärts fährt musste jetzt aber abdrücken sonst wären wir aus dem Target aus dem Kreis gefahren ja zieht jetzt schon da oben um oh ein Schiri ja komm ich aber nicht heran 11 Sekunden bin weiter auf dem FV ja bitte mach ihn weg schau ja nächsten 500 die ist umdreißig oben an der Ecke die ist rum mal gucken was da noch gleich so aufgedeckt wird da ist der Ferdi Ferdi bin ich drauf muss noch eben muss noch eben ja ich auch ich auch ich auch ich auch bleib stehen 9 Sekunden dann mach ich den FV ganz ach schade wurde mir schon Feuer ja schöner Hit schöner Hit süß du 900 Dinge Quatsch ich hab da vorgetroffen Andre ne du hast danach getroffen du hast ihn weggemacht nur noch kein Quatsch hier dann war der dem so rum ist doch scheißegal auch was weg Lirum Larum Löffelstiel der viel frisst der scheiß auch viel dat weist Lirum Larum wie ging das weiter weiß ich nicht ich hab ich jetzt grad gesehen Loaded Reapon ja ein Clipfinger der Filmgeschichte genauso wie die mit dem roten Hals Pfund ja oder Two Girls One Cup sehr wichtigen sehr wichtige PLN oha bin auf dem Prod IS-3 Schuss du stellst Checks um was den Aros nicht einlösen kann ja weil da rechnen die jetzt nicht damit dass deine Adi steht muhaha ja dem hast du aber welche gelöscht ja dann hat er gesagt der wollte die mal so haben das gibt's ich bin auch drauf im IS-3 das dauert noch 16 Sekunden Laden noch heißt die Wander aber der ist gleich hin ja der tut alles dafür zu stehen reichen flattern ja ja Arti frei jetzt wasser absaugen hab ihn ja nee hier ist aber ja aber die Arti ist es hat sich ertrunken ja aber da steht noch einiges Ritri T920 IS musst du alles da oben irgendwo rumhängen ja wenn das mal einer aufmachen würde ja hallöchen wie geht da denn komm ich ich auch nicht kommst du da ran ich guck grad keine Line ist der Berg davor ja ja bei uns auch ja aber bei mir ist ein Anderen Winkel aber vor dir ist noch genug scheiße ja den Protzern immer wieder aufdecken hier ich guck hier hin Leute oh da ist ein IS ich geh nicht rein oh krieg ich oh der IS wird gleich kotzen wenn er nochmal zurückfährt ich bin auf den Schiri ja ok geh ich erstmal auf die Anderen Dach dann kriege ich nicht rein ich geh auf den Prot oh ernsthaft jetzt ich ehme noch ich ehme noch die Anderen krieg ich nicht geh ich wieder auf IS Feuer ich gebe ein verstanden ich hab schon dahinter gehalten oder den schlicht noch davor eines IS zum rollen GV IS 3 du hast Support da komm ich nicht mehr hin jetzt bin ich drauf nix kommt fahrt weiter bitte fahrt Feuer nein schön daneben ja aber gekettet der Helikon hat gesagt irgendwas hat er gekriegt äh wahrscheinlich Angst ja oder irgendetwas ein Modul kaputt oder so was weiß ich gerade nachbruchstosekunden noch bin noch um IS drauf Berg ist viel zu hoch komm ich nicht das wird nie was ich fahr mal ein bisschen vielleicht krieg ich nur Kilometer Geld mach doch IS immer noch auf Lohnt sich nicht danke ihr nix eingeähmt und euer der Mund auch mit Seife auswaschen langsam ne gekettet und es war dann auch gekettet aber im Modul hat er gekriegt oder am besten gleich so ein Block Seife lutschen ganzen Block haben wir nicht mehr da muss ich eine schöne Shampooflasche in den Kopf kippen ja auf Ex wie gut dass du wieder laut bist ja war ich wieder war ich wieder so leise ne bist du immer noch ach so aber ich habe ein gutes gehört naja ja die Aufnahme kannst du da verwerten äh verwerten nö alles gut ich kann dumme Leute hören ja ist ja auch immer ein Dreck damit so sie wollte jetzt kochen überlegen habt ihr Abzeichen dritter Glase hab ich noch nichts von kaufen 576 warte mal Stefan hat aber Gas gegeben ich muss jetzt nochmal was gucken den T1 haben sie doch jetzt wieder versaut so wie den T18 so langsam versauen sie wieder alle beliebten Panzer ne oder kam das jetzt erst beim Updaten hat der noch die Hispana ja noch hat er also aber beim nächsten Update nicht mehr das heißt den kann ich jetzt eigentlich schon verkaufen 20 muss 4000 Schaden machen André mit der Selbstfaller Vettel 2000 das heißt ich verkaufe jetzt dank wargaming nachdem sie die GW Panthers schon ruiniert haben den T18 jetzt ruiniert haben demnächst den T1 Cunningham ruiniert haben und so andere Panzer schon ruiniert haben die einfach beliebt waren verkaufe ich jetzt den T1 Cunningham weil beim nächsten Ab nächstem Patch Update hat der nur noch eine Gun und das ist diese total schwule nutzlose Gun nicht mehr die Hispana Suiza den verkaufe ich jetzt und knallt ne ein 1er ne ein 1er der wurde ja kurzfristig als bei den Teamgefechten noch 742 war wurde der ja dafür genommen 5 8er und 2 1er als Spotter dann haben sie irgendwie wieder was dagegen gehabt und deswegen ist es jetzt glaube ich 56 Punkte ja es ist immer so katastrophal ja so verbesserte Lüftung Waffenrichterantrieb und Optik wieder ausbauen ja habe ich immer 1er drin gehabt nur wer es hat wer es kann wer es lang hat kann lang hängen lassen ja das heißt und das ich in meiner Amiart die habe ich richtig die bunte Crew drin ne und ja was oh das war richtig teuer welche von Kommandanten zum Funker zu machen ne ja irgendwie 500 Gold oder so ein Scheiß ne ja weiß ich aber warum weil ich jetzt 2 Leute aus dem Tier 1 Cunningham habe mit 3 Skills Perks total umsonst lass doch liegen vielleicht kannst du noch mal nehm irgendwann oder setze auf nen anderen Ami Euro wollen wir sie Leichter Panzer T49 habe ich hier auch noch weil ich den 49er verkauft habe und nicht weitergeben wollte hier habe ich sie ah jetzt habe ich nämlich einen Fahrer und einen Kommandanten vom T1 wo ich dritte Eigenschaft habe aber ne Funk habe ich nicht das ist doch echt scheiße hat das Wort bei der Machen im Spiel den Ladeschützen hier könnte ich direkt unternehmen was meint hier zurechtsspielen zu Mittag ist nie normal ehrlich ne der steht hinter der Düne und der steht da der Excelsior und schießt und schießt und schießt immer in die Düne rein also ich hatte gestern ne gestern nicht vorgestern war das stand ich mit der Adi äh im Bergpass oben auf dem Berg und äh hinten direkt in der Ecke drinnen da wo auch die großen äh Selbstfahrerfetten immer hinfahren und hab auch schön Schaden verursacht und eines ganz plötzlich hat mich der ES2 erwischt ich weiß nicht mal wo der stand der kam auch nicht hinter uns irgendwie da hätte er auf dem Berg oben rufschießen können ich weiß es nicht mit meiner Meinung er hat durch den Berg durchgeschossen muss er ja er hat mit dem Stein geschmissen oder so ja also war wieder so für mich absolut nicht nachvollziehbar wie das ging so hat man den den einen Ladeschützen ausgetauscht aber alles andere wäre mir zu teuer das schenke ich vorgeben ich nicht ja aber der andere ist ein Naschen ne ist ein Naschen ja ich glaube so ähm von der dann schließen wir ihn mal aus wie wir es immer machen ja nimm Jörg mit ja warte ich muss Jörg mit er kann ja den T50 quälen als Spot ich muss Jörg noch äh rekrutieren aha Quatsch einladen ich glaube der Hans war auch online hier ich lade einfach mal mit ein einfach um ihn mal ein bisschen zu locken lassen achso ja er ist aber nicht ähm ja was spielt denn hier 5er, 6er, 7er Panzer ich glaube äh Hans ist doch Panzer ist noch da aber der ist im Gefecht er wird jetzt nicht sehen jedenfalls hättest du ja Wild Boar 83 noch einladen welches wilde Rohr Wild Boar hier ist Christian sein zweiter Count aber der hat ja bloß kleinen Lowteer lassen wir noch da drauf wie ganz ehrlich wieso spielt man ein also wieso spielt man aktiv eine zweite Count wegen den äh Belohnungen na irgendwie wenn du äh sich überlegen wie war das 100.000 Erfahrungspunkte auf den zweite Count aufgefahren hast kriegst du irgendwie ein Premium Panzer geschenkt richtig eben nicht also ich gebe euch jetzt zum letzten mal den Tipp auch an alle draußen die gerade zuschauen ja wenn ihr euch mit irgendwas nicht klar seid fragt nach das Rekrutierungsprogramm das heißt ähm du musst mit deinem Rekruten ja und dem Rekrutierenden zusammen Züge fahren und Punkte erfahren ja also entweder spielt grad jemand anderes äh von irgendjemandem ohne jetzt weiterhin Namen zu nennen einen Account was wiederum verboten wäre ja oder er spielt alleine sein Zweit-Account was nichts bringen würde ja ja doch das bringt dir eins wenn du einen 10er kaufst im zweiten Account wenn du dann einen 10er kaufst kriegt der andere in was weiß ich irgendeine Ami-Karre auch wenn er auch wenn er gar nicht mit dem Rekrutierenden zusammengefahren ist richtig genau ernsthaft nur die Bedingung ist dass du einen 10er kaufst ich kenne die Bedingung also 100.000 diese Abstufung wenn ich jetzt bei mir reingehe ich habe es ja schon durch äh b b b b b b b b b war das hier ja hoch gut die Abstufungen sehe ich jetzt nicht mehr ich sehe nur dass ich es geschafft habe es funktioniert auf jeden Fall weil ich habe es über einen Test-Account gemacht ja aber mit einem anderen Account habe ich mir den 10er gekauft dann bin ich auf den Test-Account gegangen mit meinem äh normalen Account und da stand da herzlichen Glückwunsch, die haben eine Panzer sowieso durch der Rekrund sowieso eine 10er Panzer gekauft hat. Du hast praktisch den Test-Server dafür ausgenutzt. Ja, also es war auf jeden Fall da, genau. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es auf den Test-Server auch geht. Was kriegst du denn für einen Verein? Den T95 E2 Premium Medium der Stufe 8 von den Amerikanern ist jetzt aber auch nichts Dolles. Ich habe eine 31er Win auf dem. Ist nie der Burner, das Ding. Hat der in der Forschung drin, der T95 E2? Nicht ohne Mod. Mit Mod kann das sein? So nicht. Ami, ne? Ja. Ne, sehe ich nicht. Ich auch nicht. Nur den T95 E6. Wie sie es ja machen bei den Amerikanern, oder wie es wahrscheinlich früher mal war. Ich bin ja jetzt auch nicht so firm da drin, dass da so ein komischer Turm ist mit noch einem Turm drauf. Also kannst du eigentlich nicht verfehlen. So ist er ja okay. Es ist typisch ein Premium-Modell von Wargaming, schwächer als die normalen und so weiter von Pen und von Schaden und allem. Du, kriegst du hier immer einen Achter oder sowas? Ich habe keinen Achter. Du wirst ja noch mehr haben als dein E50M und eine Stuck. Ja, müsste ich jetzt kaufen. Du brauchst mehr Panzer in der Garage als ein E50M und eine Stuck. Ja, ich weiß schon. Ich bin ja dabei. Dann fang jetzt an. Jetzt ist der richtige Moment, um was zu verändern. Veränder dein Leben. Kaufe dir einen Stufe-8-Panzer. Zum Beispiel. Gibt es hier irgendwas, wo du gerade noch auf Stufe 8 bist und dann weitermachen könntest? Warte mal, muss ich gucken. IS-3 ist immer gut. Ach, IS-3 mag ich nicht so. IS-2 ist auch immer gut. IS-3 ist ein sehr guter Panzer. Selbstverständlich. Ich strafe gern jeden Lügen, der was anderes behauptet. Ja, viel Spaß. Achte. E-44. Ja. Wenn du da Bock drauf hast? Dauert noch ein Weilchen. Ich brauche noch 25.000 Erfahrungen, aber das ist ja eigentlich schnell gemacht. Hast du den Siebener? Dann nimm einen Siebener. Du kannst auch einen Siebener nehmen. Jäger hat ja sowieso einen Siebener. Dann nehme ich auch einen Siebener. Den ich so gerne fahre hier. Da habe ich so richtig Bock drauf. Was ist denn für ihn? Den A-44. Der ist so toll. Ist das gut? Nicht. Was nicht? Der ist nicht toll. Der ist scheiße. Echt? Der ist scheiße. Der A-43 war wirklich brauchbar. Der A-44 ist es nicht. Nee. Wieso hast du jetzt den gleichen? Den T-43? Ja, nimm. Warte mal. Wenn du da den T-44 erforschen kannst, dann fahren wir ein paar Runden damit. Warte, warte, warte noch. Ja, er wartet. Er loadet immer noch. Dem, 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 dem. Welche Kanone soll ich nehmen? Am besten die Siebener, ne? Die mit mehr Durchschlag. Bete das Gras. Sag mal, ich muss erst mal... Das macht mir Spaß. Mein Frosch verweilt. Mach, mach, ich guck nochmal, was so... auf meinem... Deutschland im Fernsehen läuft. Auf meiner Facebook-Rotte Gruppe, world of tanks, WOC-Community. Facebook-Rotte. Alter, was war denn das neulich für ein geiles Video mit dem, was war das, Leopard oder so? Der den Roundhouse-Kick da vorgenommen hat. Das war gut. Das war ja ein äußerst interessantes Ding. Wie geht sowas? Ey, ich glaube, das ist Montage oder so, denke ich mir. Das wird irgendein Bug sein oder sowas. Bis zu 18 Tonnen. Das hat man doch ab und zu hatte, das hat man das früher auch gehabt. Da hattest du wirklich so, dass du auf einmal dich übel spin-mäßig gedreht hast. Was soll ich denn da reinbauen? Das andere Bild, was ihr da mal hochgeladen hattet auf der Gruppe mit den japanischen oder chinesischen Panzern mit den großen, wo gerade mal so einer drinnen gepasst hat, was war das für ein Ding? Japanische? Du meinst die polnische? Oder polnische? Ja, polnische, mein ich doch. Diese Kugelkiste, das soll so ein Stufe 2 prämien werden. Das war doch ein Heavy, ne? Nee, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ich weiß nur, dass es ein Polakke war und ein Premium-Panzer werden sollte. Das ist ja eigentlich so ein Panzer für Japaner, ne? Ich habe ja nichts anderes rein. Also, Gretchen, immer das Rohr mit dem besten Durchschlag.